In der Witz AG Tonnerin, gut zu sein. Jetzt hab ich fertig. Sind wir? Ja, danke. Ich bin Sven. Ist ja Fasnacht. Ja, das ist gut. Schauen wir. Danke, ciao, schöner. Ja. Remo. Remo. Jetzt hat die Straßenmeister Sveli angegläut. Er ist von Rickenbach. Ja. Er ist eigentlich erst für den Green Pool Challenge nominiert. Mhm. Und was ist denn das? Ja, dort muss ich einen Pool selber zusammenbasteln, dort irgendwie entgrillieren. Aha. Ja, ja. Ja, das hab ich auch schon gesehen. Ja, genau. Verstellt euch doch nicht, dass man das klären muss. Mhm. Du musst recherchieren, bitte. Okay. Ja, ja. Jetzt bist du الفendisch. Jetzt bist du gut. Steffi, Remo, ich bin überzeugt, ihr werdet etwas dir nichts auf den Beinen stellen. Wenn ihr es nicht schaffen bis in die Postnacht, müsst ihr im Kloster Murtital eine Spende für 1'000 Fr. Rauchen gehen! Remo! Remo! Hallo! Machen wir jetzt etwas? Ja, ich glaube schon. Aber wir machen es nicht so wie alle unter. Weil es ist ja schliesslich fast noch. Ja, ich bin überzeugt, dass wir die collisions auf dem Weg finden, was sie wäre aktuell. Lachen wir da. Ich bin überzeugt! Ich bin überzeugt, dass wir uns rausgeben, wenn die Weinen sind. Musik 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 Jesus Musik wow Ja, 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 ja! Ja, danke viel, viel Mal. Da habt ihr uns natürlich ein grosses Projekt gemacht. Das ist aber lieb. Ich denke, ihr könnt es sicher gut brauchen. Ich kann es dieser brauchen. Und wir werden euch alle ganz besonders ins Gebet einschliessen, eure Anliegen, eure Firma, eure Arbeit. Ganz besonders ins Gebet einschliessen. Die Firma Interbizzi AG möchte sich bei der Rickenbacher GmbH für die Nomination bedanken. Ich denke, wir haben diese Aufgabe erfüllt. Auch wenn wir nicht unbedingt den Pool gemacht haben. Nominieren können wir niemanden. Stwerdeli. Oder werden die Beuttes ab 19 sub attack einer Auswitterste Arbeit! Wooh 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 wooh! Ohse ANDALISIS! Ja! Ein Rahmen für Affenstniss Versenstäke Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018